Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Venustasin. Kennen Sie das? Nach langen Spaziergängen sind die Beine schwer und geschwollen oder der Schlaf wird durch nächtliche Wadenkrämpfe gestört. Die Ursache dafür können überlastete Venen sein. Venustasin verleiht schweren Beinen Leichtigkeit. Der in Venustasin enthaltene Rosskastanien-Samenextrakt stärkt die Venen auf natürliche Weise und kann Beinschwellungen und nächtliche Wadenkrämpfe reduzieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalender. Heute haben wir das fantastische Thema Pflegologie. Schwieriges Wort, ja. Und ich habe eine absolute Fachfrau bei mir, Yael Adler. Braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr erklären, wer das ist. Erfolgreiche Buchautorin, Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ja, wir sprechen über die Venen und ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Denn eigentlich glaube ich, dass die meisten Frauen sich immer erst damit beschäftigen, wenn sie so diese kleinen Krampfäderchen bekommen und denken, oh, was ist denn jetzt los? Wann kommen denn Menschen in der Regel erstmals zu dir mit Venenproblemen? Das stimmt. Also oft sind die dann so in den 30ern, 40ern, wo sie dann merken, dass sich da so blaue, feine Linien abzeichnen. Manchmal sind die auch rot oder lila und das sind ja eigentlich dann nur Besenreißer. Aber die stören dann kosmetisch und da will man die natürlich loswerden. Und es ist auch gut, dass man dann zum Arzt oder zur Ärztin geht, weil dahinter in der Tat manchmal auch ein richtiges Krampfaderleiden steckt. Und das muss man dann untersuchen. Und manchmal haben die Leute halt auch schon eine richtige olle Krampfader bemerkt, die so richtig knubbelig ist und so. Aber da die ja keine Schmerzen macht, also gerade so auch bei Männern, die gehen dann gar nicht. Also das ist ja nicht nur eine Sache, die Frauen haben. Das haben auch Männer. Frauen öfter, aber trotzdem beide Geschlechter. Und Männer, alles, was von alleine kommt, geht von alleine. Und wenn es nicht wehtut, wird eh nicht beachtet. Genau. Aber das ist schon so, dass eben Frauen durch das Bindegewebe, das ja ein wenig anders ist als bei den Herren, dass die stärker betroffen sind. Ja, das hat hormonelle Gründe, weil das Bindegewebe durchs Östrogen etwas loser ist. Das muss sich ja dann auch immer ausdehnen, wenn man schwanger wird. Deswegen. Und wenn man in der Schwangerschaft ist oder auch die Antibabypille nimmt, da sind dann auch noch mehr Hormone da. Und bei der Schwangerschaft ist dann ja auch Druck im Bauchraum, was auch den Rückfluss stört. Und deswegen haben das Frauen öfter. Genau. Das kommt dann auch verstärkt nach den Schwangerschaften oder während der Schwangerschaften. Ja, und deswegen tut man auch gut daran, sich dann in der Zeit mit Kompressionsstrümpfen auszurüsten. Das sollte man dann auch auf Kasse kriegen können. Die Frauenärzte oder Hausärzte oder Hautärzte oder Venenärzte können das dann verordnen. Kompressionsstrümpfe der Klasse 2 und gerne auch bis zum Oberschenkel gibt es heute auch in ansprechenden Farben, stehen auch bei uns in der Praxis immer rum in Pink und in Orange und in Blau mit einem sexy Strumpfband. Es muss also nicht mehr dieser beige, olle Gummistrumpf sein. Ja, das ist ja beruhigend. Und was empfiehlst du dann, während der Schwangerschaft tatsächlich auch schon zu tragen und dann jeden Tag oder wie dosiert? Ja, also es ist ja so, dass die Venen, wenn man steht, eine Blutsäule haben im Inneren. Das ist ja auch das Problem. Also seitdem wir stehende Kreaturen sind, haben wir Krampfadern. Als wir noch Vierbeiner waren, war das nicht. Und diese Blutsäule lastet dann auf diesen Blutgefäßen an den Beinen. Da ist ja dann schon ein ordentlicher Weg zurückgelegt. Und die Klappen, die in den Venen sind, werden auseinandergedrängt und dann auch die Gefäße auseinandergedrängt. Und dann sackt das Blut halt da immer ab. Und dann muss man, wenn man steht oder auch sitzt, gerade in der Schwangerschaft, die Kompressionsstrümpfe immer tragen. Wenn man jetzt im Bett ist und liegt und vielleicht auch die Füße hochlegen kann, wo das Blut dann von selbst zurückläuft ins Körperinnere, braucht man das nicht. Aber auch Leute, die nicht schwanger sind, wenn man lange fliegt oder eben einen stehenden Job hat, da schadet es nichts. Und mittlerweile nehmen das ja sogar auch Sportler, so Marathonläufer, wenn die sich besser und schneller regenerieren wollen, merken, die hilft denen so ein Kompressionskniestrumpf. Dann mit ansprechenden Aufdrucken in grau, rot, schwarz. Sieht dann sehr aerodynamisch aus, aber ist nichts anderes als ein klassischer Kompressionsstrumpf. Ach, das ist ja cool. Mensch, da sind wir ja schon mittendrin in den Tipps. Die hatte ich eigentlich für später vorgesehen, aber das macht ja nichts. Wenn wir zwei hier so sitzen, dann von Fachfrau zu Fachfrau, das war ja zu erwarten. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also Besenreißer, sagst du, das ist auch wirklich das Richtige. Woher kommt eigentlich das Wort Besenreißer? Weil die aussehen wie... Gute Fall, ne? Also wenn man so den Boden putzt mit so einem Reißigbesen. Ja. So, daher kommt das. Es hat also... Und übrigens Krampfadern hat auch nichts mit Krämpfen zu tun. Nee, ne? Nochmal so. Nee. Das ist auch ein komisches Wort eigentlich. Daher kommt dieser Begriff und der ist praktisch nichts anderes als eine ganz oberflächliche Ausleihung der kleinen Äderchen, die so oberflächlich sind, dass sie durch die Haut schimmern und oft nur als kosmetisches Problem gesehen werden. Auch sehr gern von Krankenkassen. Aber ich empfehle immer dann, wenn man sowas hat, mal die tieferen Venen, die etwas breiter sind und noch breiter und noch breiter in der Tiefe zu untersuchen. Man muss sich das vorstellen wie so einen großen Fluss, der Rhein beispielsweise, der ja viele Seitenäste hat. Und wenn man die Seitenäste überflutet, dann bringt es nichts, diese kleinen Seitenäste zu verschließen. Man muss erstmal den Rhein in seinem großen Strom eindämmen, um die Besenreißer dann am Ende auch zu erreichen. Also wenn in der Tiefe noch ein ordentlicher Druck ist im Gefäßsystem, bringt es nichts, nur die Besenreißer zu veröden. Viele Leute kommen damit und sagen, ich war ja schon beim Veröden. Ja, ja, aber die Krampfadern in der Tiefe waren halt noch offen, sind die gleich wiedergekommen. Also das heißt, es kann ein Besenreißer kosmetisch sein. Es kann aber auch ein fortgesetztes Problem aus tieferen Venenarealen sein. Und das ist alles Ausdruck derselben Bindegewebeschwäche. Okay, also wenn man sowas an sich entdeckt, dann auf jeden Fall zu einem Phlebologen, also Venenheilkundler sozusagen gehen. Wo treten die denn am meisten auf? An den Beinen vermutlich, ne? Ja, weil da eben diese große Blutsäule lastet. Bei Männern sieht man das häufigerweise, interessanter bei Männern, an einem Fuß, das nennt man dann Corona-Flep-Ektatica. Nein. Die Krone erweiterter Venen am Fuß. Ah, okay. Und das ist so ein typisches Zeichen. Man hat nämlich nicht immer nur die großen, langen Venen, die in der Leiste beginnen und bis runter zum Knöchel ziehen, sondern auch mal so Seitenäste oder Kurzschlussverbindungen in unteren Abschnitten am Unterschenkel, wo schon irgendwas nicht klappt, wo sich das Blut dann halt da immer absackt in diese Gefäße, nicht mehr richtig zurücktransportiert wird zum Herzen. Und dann die ganzen Gefäße, die da drunter sind, breit gedrückt werden. Und das Blut weiß ja vorher nicht, also wenn es jetzt in die Arterien gespült wird, kommt vom Herzen, geht in die Arterien, geht dann in die Beine, geht dann in die Kapillaren, gibt Sauerstoff ab und dann muss es ja zurücktransportiert werden zur Lunge und zum Herzen. Und dieser Rückweg wird durch die Venen gemacht. Und das muss ja immer gegen die Erdanziehung laufen. Dafür gibt es die Venenklappen. Und wenn die eben wie so ein Schleusenmechanismus funktionieren, ist alles top. Aber wenn halt in der Mitte ein Loch ist und die auseinandergedriftet sind, dann fällt das Blut immer wieder runter in die tiefer liegenden Abschnitte und dehnt die aus. Und so setzt sich das natürlich auch gerne fort. Also von selber wird es auch leider meistens nicht besser. Nee, ne? Okay, was man alles noch machen kann, das wollen wir auch nachher besprechen. Aber das war jetzt ein Symptom, wodurch es häufig auffällt. Welche Symptome schildern denn Betroffene noch? Wie fühlt sich so eine Venenkrankung an? Man hat oft, dass man die Knöchel, also dass da ein bisschen Wasser sich einlagert. Das sieht man gar nicht immer so ganz klar. Aber woran kann man es erkennen, wenn der Strumpf so ein bisschen einschnürt? Also so Söckchen, der bunt. Dann sieht man schon, da ist so ein lange sichtbarer Abdruck. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Söckchen erstens zu eng waren. Ja, ich wollte gerade sagen, das könnten ja auch zu enge Socken sein. Ja, aber solche Socken sollte man gar nicht, man sollte sich immer, ich glaube die heißen im Laden, wenn man die kauft, im Einkaufsladen heißen die Diabetikersocken oder so. Die schnüren nicht ein. Also ich trage immer nur nicht einschnürende Söckchen. Okay, auch guter Tipp. Weil man natürlich auch durch das Einschnüren Venen krank macht, weil das schon ja ein Abflusshindernis ist. Das heißt, es kommt zur Stauung unterhalb dieses Einschnürungsbündchens. Also immer lieber so ein breiter, weicher Bund und nicht so ein einschnürender. Also man sieht Ödeme, man sieht also Wassereinlagerungen, man sieht diese erweiterten Venen am Fuß. Und man kann auch sonst kleine Äderchen sehen oder eben einfach auch mal diese Besenreißer. Ein bisschen größere Adern, die mal durchschimmern. Oder wirklich richtig große Knubbel hier und da. Entweder streckenweise oder so von oben bis unten. Aber ich sehe es fast immer nur an einzelnen Abschnitten. Also wir sehen auch große, aber viel häufiger sind so einzelne Abschnitte, als so dass die ganze Vene von oben bis unten kaputt ist. Und dann sieht man, wenn das jetzt schon lange besteht, das ist sehr oft so, weil die Leute es nicht so merken, dann lagern sich manchmal so ockerfarbene Punkte in der Haut ab. Die nennt man Purpura Jean Docre. Wir haben immer schöne Begriffe für nicht so schöne Sachen. Wahnsinn, ich bin ja schon Medizinjournalist, aber die kenne ich alle gar nicht. Das ist ja toll mit dir, da lerne ich ja noch was. Ich gebe dir nochmal dermatologische Nachhilfe sehr gerne. Und das sind Abbauprodukte, also Abbaustoffe vom Blutfarbstoff. Das wurde praktisch durch die Äderchen abgepresst und bleibt dann im Gewebe so ewig liegen. Und dann sieht man diese ockerfarbenen Punkte. Und wenn wir immer so ein bisschen Ödem haben im Fuß und im Unterschenkel, dann werden auch automatisch die Wanderwege für Sauerstoff länger. Das heißt, das Gewebe wird ein bisschen unterversorgt. Da werden dann die Bindegewebsproduzierenden Zellen sehr hektisch durch diesen Sauerstoffmangel und werden überaktiv und machen viel Bindegewebe. Aber leider kein elastisches, sondern eher so narbiges, sklerotisches, verhärtetes nennt man das. Und das kann das ganze Gewebe durchsetzen. Außerdem gibt es Altersmach-Enzyme, die dort aktiv werden und das Gewebe brüchig wird, Metalloproteinasen. Und so wird der Fuß unsichtbar unter der Hautoberfläche langsam immer härter und starrer und älter. Und das kann nicht nur Haut, sondern auch Bindegewebe und Fett betreffen. Und dann kommt es manchmal so, dass man auch so weiße Veränderungen hat. Das nennen wir Atrophie blanche. Also die weiße Unterernährung der Haut quasi. Und dann gibt es sehr häufig, und das sehe ich ganz oft, dass den Leuten juckt am Unterschenkel. Das nennt man Stauungseczem. Aber oft sieht man gar nicht immer so rot und, das sieht man auch rot und hüppelig und verdickt. Aber manchmal ist einfach nur der olle Juckreiz. Dann siehst du schon so Kratzspuren. Und das kommt auch durch die Stauung. Das ist eine Ernährungsstörung der Haut. Und das kann sich auswachsen zu wirklich krassen Eczemen, die auch richtig nässen. Und Menschen, die eine Veranlagung für Schuppenflechte haben, Psoriasis, die haben dann verstärkt diese Hautveränderung auch dort im Bereich. Außerdem im nächsten Stadium sieht man dann ein offenes Bein, wenn man Pech hat. Also so ein Ulcus curis nennt man das, ein Geschwür. Das kann auch vernarben. Aber da sieht man dann eben die Reste. Und dann will ich noch an der Stelle, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder zu lange. Das ist sehr, sehr gut. Gut, ich habe nur jetzt gerade festgestellt, warum ich doch dieses Fachgebiet der Haut etwas speziell finde. Weil man kriegt dort doch viele Sachen zu sehen, die etwas gewöhnungsbedürftig sind. Aber du bist da natürlich gewöhnt. Genau, das ist die perfekte Überleitung jetzt nämlich zu meiner Ergänzung, die ich aus dermatologischer Sicht bringen wollte. Das Thema Gefäße betrachten Gefäßchirurgen, betrachten Radiologen und Dermatologen, wenn sie jeweils die richtige Spezialisierung haben. Also es ist so ein interdisziplinäres Thema. Und ich als Hautärztin sehe nicht nur diese klassischen Hautveränderungen, die ich gerade erzählt habe, sondern ich sehe auch hartnäckigen Fußpilz, Nagelpilz und Warzen, Dornwarzen, die gar nicht richtig abheilen wollen, obwohl man sich ganz doll viel Mühe mit der Therapie gibt. Auch das ist ein klassisches Zeichen für eine Abwehrschwäche im Fuß durch Krampfadern. Also jeder, der olle Füße hat und Probleme, auch gerne, wenn man eine Hammer-COP vor sich hat, bitte alle die mal checken lassen, ob Krampfadern da sind und die erst mal behandeln lassen. Und dann haben alle anderen Probleme, an den Füßen eine viel bessere Prognose abzuhalten. Okay, also das heißt, es hat dann auch was mit den Nährstoffen, die eben natürlich auch nicht mehr durchkommen und auch Giftstoffen, die nicht mehr abtransportiert werden können, natürlich zu tun. Exakt. Genau. Und wie ist das mit den, wenn das so, Spannungsgefühle in den Beinen und sogar Schmerzen teilweise doch auch, was die Patienten schildern? Naja, also dieses, viele sagen auch, Frau Adler, ich habe Krämpfe. Können Sie mal gucken, ich glaube, ich habe Krampfadern. Und die haben da gar nicht, ganz oft gar keine Krampfadern. Die Wagenkrämpfe, meine die, ne? Genau, die haben oft Wagenkrämpfe durch Magnesiummangel oder es kommt vom Rücken oder die haben irgendein Nervenproblem anderer Art. Also klassischerweise machen Krampfadern keine Krämpfe, aber sie machen schon so einen Druck, Schwellungsgefühle, Spannungsgefühl, Juckreiz und so ein, ah, entlastend, wenn man die Füße hochlegt. Ja, okay. Aber das heißt, diese nächtlichen Wagenkrämpfe, die haben damit erstmal nicht wirklich was mit einer Venenerkrankung zu tun. Das ist doch schon mal beruhigend im Grunde, wenn man das hat, ne? Dass man da sich vielleicht erstmal ums Magnesium kümmert. Jetzt denkt man ja tatsächlich beim Thema Venenleiden eher an ältere Menschen und insbesondere Frauen, die sich durch diese Krampfadern eben gestört fühlen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es so ab 30 ungefähr losgeht. Ist das dann auch irgendwie wie so ein Zug, der einmal abgelegt hat, wie beim Diabetes, wo es dann auch nicht mehr so ganz weggeht? Oder sagst du, man kann das auch wieder ganz gut in den Griff kriegen? Also man kann auf jeden Fall ganz viel wieder Gutes hinkriegen. Die Veranlagung, die ja oft dahinter steckt, kriegt man natürlich nicht weg, weil die genetische Veranlagung können wir ja noch nicht behandeln. Also Leute, die auch eine familiäre Vorbelastung haben, die sagen ganz oft, ach ja, meine Mama, die hatte auch so doll Krampfadern und so. Die haben natürlich schon ein erhöhtes Risiko. Und dann ist aber erstmal, dass man nochmal guckt mit dem Vorbeugen. Also die Leute, die die Veranlagung haben und auch grundsätzlich sollten halt nicht immer so stehen und nicht so viel sitzen, sondern schön viel Bewegung. Und Übergewicht ist kontraproduktiv für jedes Gewebe, für jeden Menschen, für jede Krampfader erst recht, wenn man die Veranlagung hat. Dann ist das Lebensalter natürlich, weil man dann auch loseres Bindegewebe bekommt durch den Alterungsprozess, ein Risikofaktor per se. Und die Schwangerschaften hatten wir vorhin ja auch schon, weil da drückt auch das Baby noch und die Hormone. Wir wissen von Untersuchungen, dass die Krampfadern durchaus auch schon mit 20 existieren. Ich hatte neulich auch eine 18-jährige Patientin, wo man gar nichts sah von außen. Aber die hatte ganz rätselhaft eine rote Schwellung an der Ferse mit ganz vielen Eiterpusteln. Und die wurde mit Cortison behandelt und mit Antifußpilz. Und nichts hat geholfen. Und ich habe mal einfach bei dir einen Ultraschall drauf gehalten und hatte da sie eine fette Rauscheader. Also das heißt, das Blut ist nach oben gedrückt worden von mir. Ich habe losgelassen und dann ist es nicht weiter zum Herzen gehuscht, sondern wieder runtergerauscht und das hört man dann so. Und diese eine Vene wurde dann erfolgreich minimalinvasiv verschäumt, verhütet. Und siehe da, diese furchtbare Entzündung an ihrem Fuß, die sie schon lange hatte, zwei Jahre, ist abgeheilt. Also man muss auch mal denken, dass Leute nicht immer im statistischen Mittel sich befinden. Also das heißt, man kann so zwischen 20 und 70 Jahre alt sein, um dass man das zum ersten Mal entdeckt. Und die Allgemeinbevölkerung, da sagt man, dass die so ein Krampfaderleiden haben von drei bis elf Prozent, so ein chronisches. Aber so einzelne Krampfadern kann ja irgendwie jeder auch mal haben. Ja, ja, genau. Und ich sage den Patienten immer lieber, sie behandeln das halt irgendwie, wenn es dann schon da ist. Und warten sie nicht noch 100 Jahre, weil es wird von selber nicht besser. Und das heißt, man kann eben auch, wenn jetzt nicht eine krasse Veranlagung da ist, das aufhalten und heilen. Und dann ist die Sache auch erledigt. Das heißt nicht, dass man jetzt immer wieder hin muss und dass es immer wieder Rückfälle kriegt. Die Leute sagen immer, also meine Freundin hat gesagt, es ist alles wiedergekommen. Das ist so der typische Klassiker. Und dann sage ich, ja, das kann sein, dass andere erst wiederkommen. Aber wenn die Behandlung gut gemacht ist und angeschlagen hat, dann ist das Gefäß auf jeden Fall weg. Leider, ja, in der Tat kann daneben mal Neues kommen. Dann bleiben sie einfach dran. Und diese modernen Verfahren, die sind so effizient. Und dann sind die Patienten eigentlich auch wieder beruhigt. Aber es werden ja oft, das kennen wir ja in jedem Bereich der Medizin, dann immer so Erfahrungsberichte aus der Nachbarschaft und Freundeskreis so als Arzt serviert. Und da muss man sich immer so ein bisschen verteidigen. Aber das ist man ja schon gewohnt. Aber ich finde, das ist jetzt doch eine wichtige Message, dass man diesen fast Mythen bitte doch keinen Glauben schenkt. Ja, das ist eine gute Sache, finde ich auch. Man muss das auch mal auf den Prüfstand stellen, finde ich. Also ich sage, ich hole mir immer Meinung und dann überlege ich, welche kommt mir am sinnvollsten vor. So, das denke ich auch, weil viele, die hören einfach was und glauben das dann, egal wer es erzählt hat. Das ist ganz wichtig. Also ich fasse jetzt mal zusammen. Die Hauptrisikofaktoren sind tatsächlich eben so eine erblich bedingte Bindegewebsschwäche, so. Aber eben auch Bewegungsmangel, Übergewicht, Lebensstil generell. Hormone, Schwangerschaft, Alter. Genau, Hormone, Schwangerschaft, Alter, genau. Wollen wir noch vielleicht das Rauchen und Alkohol dazunehmen und vielleicht zu viel Sonne, das ist immer böse fürs Bindegewebe. Sonne sogar auch, ne? Nicht nur für die Haut generell. Naja, also die Oberfläche, also die Zellulite zum Beispiel, sagt man schon auch, ne? Die Sonne geht ja tief mit der UVA-Strahlung und auch oberflächliche Bindegewebepartikel der Venen oder Bestandteile der Venen können davon getroffen werden. Die tiefen jetzt nicht von der Sonne, aber die oberflächlichen. Okay, ja, aber ich wollte nämlich auch schon fragen, wie es mit der Hitze aussieht, weil das natürlich im Sommer bei vielen auch verstärkt ist, ne? Mit den Ödemen und generell den Problematiken. Bei Hitze werden die Gefäße weit und dann kann es sein, dass sich dann Gewebe, also Flüssigkeit aus dem Gefäß ins Gewebe abdrückt, abpresst und dort liegen bleibt. Gibt natürlich noch andere Faktoren, also Hitze hat jetzt nicht, Leute kriegen mit Hitze Bein- oder Fußödeme ohne Krampfadern zu haben. Aber wenn man dann Krampfadern hat, wird das natürlich verstärkt. Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch weitere Gründe, Medikamente, Eiweißmangel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzschwäche, Niere. Ja, also man sollte schon, wenn man das bemerkt ist, auch mal kontrollieren lassen, woher kann denn das jetzt kommen? Oder mal selten auch eine Raumforderung, ein Tumor, der irgendwie den Rückfluss abdrückt. Also immer, wenn einem irgendwas so neu auftritt und komisch vorkommt, kann man das mal abklären lassen und dann ist man ja auch wieder beruhigt. Ja, das ist gut. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Venustasin. Venustasin lindert schwere Gefühl und Schmerzen in den Beinen mit der natürlichen Dreifachkraft der Rosskastanie. Venustasin unterstützt die Beine schon ab den ersten Anzeichen für Venenschwäche und kann so einer Verschlimmerung der Beschwerden entgegenwirken. Venustasin ist in Apotheken erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn wir jetzt mal dazu übergehen, was man alles machen kann. Zum Beispiel, es gibt ja auch so Mittelchen und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, was man eben auch selbst machen kann. Es gibt ja so Venenmittel und so Rosskastanien, Samen, Trockenextrakt und solche Geschichten, die so eingesetzt werden. Kannst du dazu was sagen, was man da empfehlen kann? Ja, Rosskastanien, Extrakte oder auch rotes Weinlaub gibt auch noch mehr. Da sind sekundäre Pflanzenstoffe enthalten und von denen hat man festgestellt, dass die schon so ein bisschen gewebsabdichtend wirken. Also das heißt, man verliert nicht so viel Flüssigkeit aus dem Gefäß ins Gewebe. Es zieht auch so ein bisschen zusammen. Die Venen werden tonisiert, so nennt man das. Das hemmt Entzündungen. Das muss man dann halt regelmäßig einnehmen. Also ich präferiere tatsächlich die Einnahme. Beim Cremen, da ist einfach die Datenlage nicht so doll. Ich meine, wenn man sich die Beine massieren lässt, kann man auch eine solche Creme nehmen. Aber es wirkt natürlich besser, wenn man das einnimmt, weil es dann wirklich vor Ort wirken kann. Das ist sicherlich unterstützend. Wenn die Krampfadern vorhanden sind und ausgeleiert sind, dann wird das nicht mehr reichen. Trotzdem kann man das natürlich gerne für sich auch mal versuchen. Da gibt es auf jeden Fall Daten und auch durchaus eine gewisse Empfehlungslage. Also wenn wir jetzt nochmal an die Behandlung denken, der Krampfadernbesenreißer, wie auch immer man sie nennt, die dann ja auch für ein Venenleiden stehen. Das heißt, das ist eine Gesamtbehandlung. Wie läuft die dann ab? Also wenn man einen Besenreißer hat und man hat festgestellt, in der Tiefe sind keine Krampfadern, sondern sind nur diese feinen, dann kann man mit dem Laser ganz elegant die mit Hitze veröden. Das muss ein guter Laser sein, der extra für Venen gemacht wurde. Am besten ist der lang gepulste Neodymyak-Laser und der muss auch dieses Modell ordentlich Wumms haben, damit es überhaupt genug Energie hat, diese Äderchen dauerhaft zu verschließen. Und gleichzeitig die Haut vor Verbrennungen zu schützen, am besten mit irgendeiner Kühlung, die da integriert ist. Also damit kommt man dann ansprechend weiter. Man kann auch Besenreißer, Varizen, so heißen die, veröden mit flüssigen Verödungsmitteln, zum Beispiel Etoxisklerol. Ein bisschen größere kann man auch mit Schaum veröden. Da wird einfach dieses Etoxisklerol aufgeschäumt mit Luft und so ein kleines Schaumbläschen quasi dann da so reingespritzt. Dann klebt es auch besser an der Venenwand und dann verschließt sich das Gefäß und wird dann vom Körper aufgegessen. Und der Körper kann dann in Zukunft immer nur die gesunden Wege benutzen und eben nicht mehr die Kranken, die eh immer sozusagen im Pendelverfahren in der Einbahnstraße münden. Größere Krampfadern werden ebenfalls mit Schaum verödet oder rausgehäkelt. Das ist ein bisschen altmodischer, aber ist auch noch möglich. Und richtig große Krampfadern kann man richtig so strippen, rausholen, mit einem chirurgischen Verfahren rausziehen oder mit einer Endolaserfaser, die man reinschiebt, Hitze veröden oder mit einer Radiofrequenz-Hitzefaser auch in kleinen Schritten veröden, sodass man also gar nicht mehr immer diese Vene komplett entfernen muss, sondern man macht sie einfach funktionsuntüchtig und dann bildet die sich quasi zurück. Und das Schöne ist, dass wirklich dem Körper die dann auch nicht fehlt. Das ist eine häufige Frage. Die Leute sagen dann, aber dann fehlt mir das doch und gibt es da nicht irgendwie einen Stau? Nein, weil dieses Hin- und Herpendeln vom Blut in den kranken Wehen ist für die Haut und das Gewebe viel belastender. Und das Blut sucht sich wirklich dann die gesunden, fitten Wege. Und das heißt dann eben auch nicht, dass die dann ausleiern, sondern der Fuß und das Bein wird nach so einer Therapie viel gesünder sein und Nägel heilen ab und Infekte heilen ab und die Schönheit und Gesundheit des Fußes tritt wieder zum Vorschein. Ach toll, das klingt wunderschön, wie du das sagst. Man muss den Menschen die Angst nehmen, weil die sind natürlich oft nicht motiviert, weil sie da keine Schmerzen haben. Also solange sie noch keine sichtbaren Probleme haben, warum sollte man sowas dann machen? Und man muss ganz klar sagen, das ist ein langsamer, schleichender Prozess, der eben, wenn es sichtbar wird, dann ist es ja schon fast ein bisschen zu spät. Also lieber rechtzeitig handeln. Ja, 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 absolut. Früh anfangen. Haben denn Thrombosen auch einen direkten Zusammenhang mit den Venenleiden und den Krampfadern? Das stimmt. Jeder, der in der Familie Krampfader Betroffene hat oder selber schon welche sieht, sollte sich mal die Beinvenen untersuchen lassen. Da gibt es ein oberflächliches und auch ein tiefes Beinvenensystem. Manchmal haben Menschen das Pech, dass sie auch in der Tiefe praktisch nicht so starke Venen haben. Und dann haben sie auch ein Risiko für Beinvenenthrombosen. Da kann es auch mal dickes Blut sein, zu lange gesessen, nicht getrunken, irgendwelche Fließanomalien, auch manchmal sogar Tumorerkrankungen oder Gerinnungsstörungen. Also die haben manchmal eine Thrombose entwickelt. Und den Leuten kann man auch mit Kompressionstherapie und Bewegung natürlich als Tipp raten, irgendwie da den Blutfluss immer am Laufen zu halten. Aber die entwickeln nach einer Thrombose auch manchmal oberflächlich sichtbare Krampfadern. Und hier muss man wirklich mit den Experten besprechen, ob man hier überhaupt was behandelt oder nicht, weil das sind dann wertvolle Umgehungskreisläufe unter Umständen. Es gibt diese primären veranlagungsbedingten oberflächlichen Krampfadern und dann die, die durch ein tiefes Beinvene-Ereignis gekommen sind. Also das ist noch ein bisschen zu trennen. Aber mit den Kompressionsstrümpfen, das ist schon etwas, was sich rumgesprochen hat. Da fragen viele nach wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe manchmal Patienten, die kommen mit ihren Krankenhausstrümpfen, die gegen Thrombose im Krankenhaus angezogen werden und sagen, schauen Sie, ich trage die hier gegen meine Krampfadern. Die sind nicht gut. Die können sogar eher das Thromboserisiko, wenn man dann damit rumläuft, erhöhen, weil die zu wenig Gegendruck bilden. Also das sind keine geeigneten Kompressionsstrümpfe. Das müssten schon richtige Kompressionsstrümpfe, am besten der Klasse 2 sein, die so einen kürzeren Zug haben. Die sind wirksam. Und selbst bei Leuten, die arterielle Durchblutungsstörungen haben mittlerweile, da war man früher sehr zögerlich, können bis zu einem gewissen Stadium ihrer Erkrankung selbst auch davon noch profitieren. Wenn wir jetzt mal so Übungen nehmen. Es gibt ja auch so Übungen, was ich zum Beispiel immer so zu hören bekommen habe und immer gemacht habe im Flugzeug, war mit den Füßen das Alphabet nachmalen, wenn man da dann sitzt, wenn man länger sitzt. Hast du irgendwie so ein paar geheime Top-Übungen, die man machen kann für die Venen? Absolut. Also man redet immer von der Wade als die Venenpumpe, die von innen arbeitet und quasi, wenn die schön kräftig ist, wie ein Kompressionsstrumpf wirkt, halt nur von der Innenseite der Haut und der Venen. Deswegen sollte man alles, was die Waden kräftig macht, im Blick haben, wenn es um die Venengymnastik geht. Zum Beispiel kann man sich auch auf eine Treppenstufe stellen und der Vorfuß steht eben auf der Stufe und die Fersen lässt man schön nach hinten runter biegen oder sausen und dann wieder hoch und wieder runter. Also praktisch richtige so Knöchel-Gelenks-Übungen. Dabei wird die Wade schön beansprucht und auch alles immer gedehnt und wieder kontrahiert und das ist super pumpbewegend. Natürlich ist Gehen einfach auch ein tolles Training und Joggen, weil da ja auch die Vene gut belastet wird. Oder man macht es eben im Sitzen, wie du gesagt hast, man kann ja nicht immer überall auftreten, dass man die Fersen hochdrückt, also aus dem Sitzen heraus. Also immer, dass alles schön über die Wade geht. Dann müssten eigentlich ja so Ballenläufer ganz gute Waden oder Venen haben. Kennst du das Phänomen, die so... Ja, wenn man vor Fuß läuft, da kriegt man ganz starke Muskeln an den Waden. Manchmal ist es sogar fast ein bisschen überproportional. Es muss aber nicht so massiv sein. Es geht ja nur, dass das schön knackig ist, das Gewebe nicht so weich, ausreichend, ausreichender Muskeltonus und schöne Formen. Das reicht, das muss nicht übertrieben sein. Das ist ja das Tolle, dass man die Venen mit ganz einfachen Mitteln trainieren kann und man kein Studio braucht und auch nicht sich übernehmen muss. Ja, 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 absolut. Ein ganz großer Klassiker ist natürlich das Wassertreten, so ein Kneippkur, so eine Hydrotherapie. Ja, das mag ich auch. Und wenn man schwimmen geht und auch mal die Beine in das Wasser rein sinken lässt, da ist ja schon ein ordentlicher Wasserdruck. Auch das ist nicht schlecht. Also schwimmen und Wassertreten für die Beine, tolle Sachen. Und kaltes Wasser natürlich, Kneipp, klar. Kalt, richtig. Damit sich die Gefäße zusammenziehen. Klar, das ist natürlich super. Da sind wir wieder bei den... Und dann auch bei der Dusche, immer wenn man so Güsse macht. Man kann ja duschen und ist ja sowieso gesund fürs Immunsystem und für die Vermehrung braunen Fettgewebes, mit dem man auch besser abnehmen kann. Wenn man nach dem Duschen mal mit richtig kalt so an den Füßen anfängt und dann noch oben die Beine entlang der Innenseiten der Beine bis zum Herzen. Das unterstützt natürlich den Kreislauf und auch die Venen. Ja, das ist toll. Also auf jeden Fall zusehen, dass man die Wade trainiert und generell einfach in Bewegung ist jeden Tag. Das macht ja sowieso Sinn, ist ja ganz klar. Also das heißt, ein gesunder, ein venengesunder Alltag. Wenn wir jetzt nochmal den Alltag zusammenfassen, sieht so aus. Ausreichend Bewegung. Beine zwischendurch hochlagern. Nochmal deine Top-Tipps. Genau, meine Top-Tipps. Also Bewegung, viel trinken, damit das Blut immer schön flüssig bleibt. Wenn Krampfadern da sind, mit einem Kompressionsstrumpf arbeiten oder sie tatsächlich prophylaktisch behandeln lassen. Und ein gesunder Lebensstil, der auf eine gesunde Ernährung fußt, Übergewicht behandeln. Auch das sind die allgemeinen Lebensstil-Aspekte, die auch bei den Venen gut tun. Nicht rauchen, mit Alkohol zurückhaltend sein. Achtung, Sonne kann auch da das Bindegewebe loser machen. Ja, und dann hat man es eigentlich schon. Aber Stichwort Ernährung. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn es darum geht, dass das Bindegewebe gestärkt werden soll. Es ist sehr schwer, wenn man eine Genetik hat. Aber natürlich ausreichend Eiweiß zu sich nehmen aus Eiweiß. Die Aminosäuren, die das Eiweiß hier ausmachen, wird ja auch Kollagen zusammengesetzt. Unser Straffungseiweiß. Und das lässt sich auch übrigens stimulieren mit Matcha-Pulver-Tee. Mit dem Chlorophyll, das da enthalten ist. Oder auch anderen grünen Kräutern und Gewürzen und Gemüsen. Chlorophyll ist gut fürs Kollagen und fürs Bindegewebe. Dazu braucht es auch Vitamin C und Kupfer. Und auch andere viele Mikronährstoffe, die den Stoffwechsel auch der Haut insgesamt am Laufen halten. Also Zink und Selen und Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Und auch B-Vitamine und Eisen. Am besten ist es, wenn man das aber im Blut nachschaut. Und nicht so mit der Gießkanne einfach oben reinfüllt. Weil zu viel des Guten ist auch nicht gut. Also am besten gucken, was fehlt mir. Und dann da nachhelfen. Außer halt beim Eiweiß. Ich meine, Eiweiß essen wir eh meistens zu wenig. Viele finden ja Omas Knochenbrühe ganz toll. Wo man wirklich Kollagen trinkt und Hyaluronsäure trinkt. Das wird immerhin dann auch aufgenommen über die Darmschleimhaut. Also zerlegt erstmal im Darm. Und dann aber im Körper neu zusammengesetzt. Und wenn man reichlich hat, dann kann das für die Kollagensynthese im Körper wieder rückverwertet werden. Und Vitamin C reich ist man ja hoffentlich auch. Hier deine Hörerinnen und Hörer sind natürlich alle sehr gesundheitsbewusst. Sind sie, ja. Und Vitamin C ist natürlich nicht nur in Zitrusfrüchten, sondern auch im Kohlgemüse und in den Erdbeeren und in der roten Paprika. Und in Acerola und in Johannisbeeren und Kiwi und Charon. Also generell mit vielen Pflanzenstoffen. Das ist ja immer toll. Und ich finde, es geht einem dann auch einfach besser. Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Reisezeit auch gerade. Gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man seine Venen auf Reisen fit halten kann? Also unbedingt viel trinken, wenn man ins Flugzeug steigt, damit man flüssiges Blut hat. Denn dickes Blut neigt eher zum Verstopfung ausmachen. Also schön regelmäßig trinken und dann regelmäßig Bewegungseinheiten. Es gibt ja auch so Fitnessuhren, die einen anschimpfen, wenn man mal eine Stunde saß. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, mal zum Klo und Gang im Flugzeug womöglich auf und ab. Beziehungsweise die von dir schon gelobten Fußübungen machen. Und Kompressionskniestrümpfe würde ich mir auf jeden Fall zulegen. Das gehört irgendwie in jeden guten Haushalt. Und wenn man Läuferin, Läufer ist, dann kann man die ja wirklich auch zum Marathon nehmen oder zu seinen langen Läufen. Und man wird sehen, wie toll man sich danach regeneriert. Das sieht halt gewöhnungsbedürftig aus, aber mittlerweile kann man ja alles tragen. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr uncool. Also kurze Hosen und schicke Kniestrümpfe. Hot. Hot. Ein schöner Schluss, Jail. Wahnsinn. Hallo, ich bin Clarissa Correa da Silva. Oder wie meine Freunde auch sagen, Clari. Ich bin vor allem die neue hinterm Mikrofon beim Vital Gesundheits Podcast und freue mich riesig auf euch. Ab 19. August hört ihr mich hier im Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten zu all den Themen, die gut für euch sind. Ich freue mich sehr auf euch. Das war auch ein sehr hotter Talk zum Thema Venen. Das ist das beste Beispiel dafür, dass eine Sendung oder ein Experten-Talk über Venen auch sehr unterhaltsam sein kann. Toll, dass es solche Medizinerinnen gibt wie dich, die das Ganze auch noch so schön rüberbringen. Also ich fühle mich geehrt, dass du heute bei uns im Experten-Talk warst. Und ich danke dir sehr. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Venustasin. Venustasin-Retard verleiht schweren Beinen Leichtigkeit und lindert studienbelegt unterschiedliche Symptome des Venenleidens. Die Venustasin-Retard-Kapseln setzen kontinuierlich den Wirkstoff frei, was für eine bessere Magenverträglichkeit sorgt. Bei müden Beinen hilft die Venustasin-Creme und das Venustasin-Gel, indem sie die Beine pflegen, kühlen und vor Austrocknung schützen. Weitere Tipps für gesunde Venen gibt es auf www.venustasin.de Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.